Willkommen, Neuzugänge, an der Universität Gliss. Hier erwartet sie das Unerwartete. Du bist grün. Das stimmt. Miss Elphaba. Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, bin ich einer der letzten Tierprofessoren hier in Gliss. Doch es gab eine Zeit, als das Leben in Oz anders war. Jemand muss dem Zauberer mitteilen, dass die Tiere in Not sind. Dafür gibt's den Zauberer doch. Denn niemand... Was? Niemand sollte verhöhnt. Oder ausgelacht. Oder mundtot gemacht werden. Du hast das alles bewirkt. Wie hast du das gemacht? Manche von uns sind einfach anders. Der wundervolle Zauberer von Oz beordert sie in die Smaragdstadt. Komm mit mir. Auf keinen Fall. Das ist dein Moment. Ich komm ja schon. Du kannst das. Du kannst... ...alles schaffen. Ich bin Oz, der Große und Mächtige. Etwas Schlimmes geht in Oz vor. Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind. Sie besitzen keine wahre Macht. Deshalb brauche ich dich. Bringt sie zu mir. Das ist so viel größer als wir. Ich habe keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben.